Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Swapper. Weiter geht es, wir befinden uns bei den Gärten. Aber nein, da geht es jetzt nicht weiter, sondern hier geht es weiter. Ins Greenhouse sollen wir. Achso, sollen wir jetzt da hoch oder hier weiter? Ach, hier geht es gar nicht weiter. Von daher wohl eher da hoch. Stimmt das auch laut Map? Ja, doch, da hoch sollen wir, also müssen wir das wieder mit dem geilen Trick machen. Und zack, sehr schön. Ach fuck, bin ich dumm. Scheiße. So ein Rotz, also nochmal das Ganze, vergessen mich jetzt in den letzten auch noch rein zu versetzen. Das hätte ich vielleicht doch machen sollen, das wäre einigermaßen intelligent gewesen. Also, machen wir das mal so. Ja, und den können wir jetzt schon da hinsetzen. Sehr schön. What the fuck, wo sind wir hier? Nochmal in einem Pflanzengebiet. Also muss echt sagen, die Grafik ist mega awesome. Dieser Grafikstil gefällt mir einfach nur super gut. So, da oben ist noch irgendwas. Achso, ich soll vielleicht noch da rein, in den Typ reingehen. So. Da ist nämlich wieder so ein Lock. Das können wir natürlich wieder durchlesen, wenn ihr lustig seid. Einfach pausieren und durchlesen. Und hier geht's auch weiter. Gehen wir jedenfalls mal zuerst hin. Kein Plan, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und jetzt müssen wir den da hinstellen. Und dann... Ja, und noch geht's. Ne, ich komme ja immer noch nicht da rein. Moment. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drauf stehe? Ah, okay. Jetzt sei es gecheckt. So, dann geh du mal bitte da drauf. Wir stellen jetzt hier noch einen hin. So, und jetzt haben wir es. Na gut, gleich zumindest. Weil ich den da oben platziert habe. So. Jetzt haben wir es. Wir müssen noch da oben hin. Das ist ja kein Problem. Auch wenn ich hier nicht durchschießen kann, oder? Ah, doch, das geht. So. Einwand frei. Den haben wir damit. Den letzten Orb, den wir noch gebraucht haben. Der gefehlt hat. Und das bedeutet damit... Aber da unten waren wir noch gar nicht. Aber da müssen wir auch gar nicht hin, oder? Müssen wir da hin? Eigentlich nicht. Wir sind fertig. Aber hier geht's trotzdem... Ach komm, wir schauen uns den Raum wenigstens mal an. Kann ja nie schaden. Die wunderbare Grafik. Was ist denn das? Huh? Ah, und hier kann ich keinen Typen drin setzen, oder was? Da setze ich einfach einen ganz da hinten hin. Ach, da ist so ein scheiß Teil. Fuck. Aber soll der trotzdem gehen? Weil hier drin geht gar nichts. Da müssen wir das wiederum anders machen. Dann müssen wir hier wieder raus. Scheiße. Moment, dann machen wir das anders. Eben etappenweise. So. Und jetzt können wir da hoch. Mehr oder weniger. Und zack. Damit haben wir auch das. Naja, das ist glaube ich jetzt irgendwie eins zu viel. Aber ist ja wurscht. Aber wir haben auf jeden Fall genug. Und können jetzt weiter. Im Level. So, das sollte jetzt funktionieren. Oh, shit. Ich dachte... Oh, scheiße. Ich dachte, wir werden irgendwie schon tiefer. Also, ich habe nicht richtig hingeguckt. So, jetzt aber. Ich war wohl zu langsam. So schwer ist das hier eigentlich gar nicht. Komm, ich setze mich mal da drauf. So. Jetzt habe ich es mal wieder verkackt irgendwie. Warum verkack ich das jetzt immer? So, jetzt haben wir sogar beide überlebt. Hier können wir also runterspringen. Einwand frei. Und fertig. Ah, okay. Jetzt wurden da oben die Teile weggeschoben. Jetzt können wir hier weitergehen. Wow. Wow. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich da einen rein. Und dann... Sehr schön. Wie nice. Das ist awesome. Wow. Wir haben fast noch reingefeuert. Ey, leck mich am Arsch. So, sehr schön. Das sind wir damit auch erledigt. Wie hast du hier zurückgekommen? Warum folgst du mich? Schau, es ist zu late jetzt, um zu entschuldigen. Lass mich einfach weg. Warum sollten wir uns entschuldigen? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich check die Story nicht so ganz. Aber die denkt auf jeden Fall, wir verfolgen sie. Was wir wohl auch tun. Sehr wahrscheinlich. Aber... Ach, hier geht es nicht mehr. Oh, was jetzt? Mit dem können wir aber trotzdem laufen. Nice. Sehr schön. Das ist auch cool. Ach, hier ist nochmal so ein Teil. Was habe ich jetzt gemacht? Aber wir wissen noch hier weiter, oder? Hier ist wieder so ein cooler Stein. Why does the other minds scream inside? Schwarz ist nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, sollen wir da hingehen, oder? Moment. Da hinten ist scheinbar noch irgendwas. Da blinkt doch irgendwas. Ah, hier ist es noch weiter hinten. Hier. Ach so, ja. Kommt man noch gar nicht durch. So. Weiter geht's. Und hier müssen wir jetzt... Was? Äh, ich weiß schon gar nicht mehr. Ach so, entweder da hoch, oder... Ja, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen wir dann wieder runter. Wahrscheinlich, ne? Hoffe ich doch jetzt mal. Wo sind wir jetzt? What the fuck? Sehr interessant. Was zur Hölle? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier gibt's jetzt so viele Wege. Wir gehen einfach mal zuallererst den. So. Und zack. Okay, also auf jeden Fall, man... Ah, ne, da oben geht's auch noch weiter. Ach, ey. Ne, das da müsste ein Endraum sein, oder? Naja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm. Was passiert jetzt? Nix. Was passiert jetzt? Immer noch nix. Ist blöd. Ah, da hinten ist noch eins. So. Aha, jetzt ist es da oben aus. Blöde ist nur, ich hab keinen Typen mehr. Na, klasse. Äh. Was ging hier nochmal nicht? Da kommt man nicht. Ja, das geht nicht. Ähm. Gut, jetzt ist die Frage. Wie machen wir das? Also erstmal muss da oben einer hin. So. Der bleibt auch da. Dann hier. Entschuldigung. Dann hier einer hin. Und da einer hin. Und in den D gehen wir jetzt rein. Ja, und jetzt komm ich hier aber auch schon nicht mehr hoch. Mist. Jetzt würde ich aber wieder hochkommen. Fuck. Aber einen. Hab ich nicht wieder einen? Ist nicht einer gestorben? Ne, shit. Okay, dann gehen wir wieder alle. So, komm doch auch mal runter. Oh, jetzt. Ja gut, oder ich. Mach den da auf Moll. Ne, oder ich springe mich selbst drum. Geht auch. Geht alles. Achso, ne. Zuerst muss da oben der Typ hin. So. Den muss ich jetzt schon setzen. So, dann. Was macht. Welches macht. Ich weiß gar nicht, wer das der ausmacht. Also ich mach irgendeins da oben aus. Zack, so. Jetzt geh ich in den rein. Setz da oben ein. Hm, ne. Das war falsch. Jetzt sieht mir da hinten ja noch einer. So, jetzt hab ich aber wieder einen. Sogar zwei. Aber das Blöde ist nur. Ich komm jetzt nicht mehr durch. Scheiße. Ne, das war auch falsch. Komm, ich bringe mich selbst um. Das war nicht der richtige Lösungsansatz. Oh, bis ich hier drauf komme. Also der muss auf jeden Fall jetzt mal dahin. Da gibt es keinen Zweifel. So, wenn ich doch jetzt den da ausmache. Genau, dann komm ich hier hin. Kann da oben einen hinsetzen. Und hab jetzt aber keinen mehr zur Verfügung. Scheiße. Oh, ich könnte folgendes machen. Das geht. So, jetzt hab ich wieder zwei. Scheiße, jetzt steht aber der eine nicht mehr ganz oben. Und warum ist der da oben? Hm, fuck. Also nochmal von vorne. Zack. Damit haben wir wieder alle. Also der muss da oben sein. Und sollte auch, wenn möglich, da bleiben. So, dann muss da definitiv mal einer hin. Äh, shit. Ah, jetzt kann ich eigentlich gar wieder von vorne anfangen. Ah, man. Das ist jetzt kompliziert, das Teil hier. Das Level. Um an diesen Orb zu kommen. So, das brauche ich, um mich da hoch zu teleportieren. Mist, wie macht man das? Wenn ich jetzt mit dem noch da hinlaufen könnte, dann würde es gehen. Also, nee, auch nicht. Moment mal. Scheiße. Satz mit X war wohl nix. Ich probiere es nochmal. Also, so langsam wird das Spiel ein bisschen komplizierter. Also, der ist definitiv richtig. Welches Licht macht denn der überhaupt aus? Okay, das. Ja, das ist wichtig, sonst können wir gar nicht erst da hoch. So, den brauchen wir auch. Super, jetzt ist... Scheiße. Ich glaube, ich muss da draufstehen, um es... Nee, erstmal wieder... ...auf den Anfang. So, jetzt aber. Da oben einen hin. So. Hier einen hin. Da einen hin. Da reingehen. Jetzt... Jetzt können... ...die da nämlich sterben. Ja. So, und jetzt habe ich ja wieder genug. Zack. So. Jetzt kann ich sogar noch hier einen hinsetzen und es wird gehen. Sehr schön. Damit haben wir es. Äh, das hat aber auch lange gedauert, ey. So, jetzt habe ich das Ding. Puh, bis ich da mal draufgekommen bin jetzt, ey. Alter Vater. Leck mich am Arsch. Ich glaube, es sind Antworten, die du willst. Was, jeder will Antworten und ich habe keine. Sie tun. So, so. Das freut mich ja sehr. Meine Dame. Also. Den einen Raum hier hätten wir jetzt abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt mal in den hier. Ja. So. Machen wir den als nächstes. Oder versuchen den als nächstes. Wieso? Lass denn schon gehen. Hä? Da kann ich keinen hin projizieren, ne? Hä? Wenn ich da direkt einen spawnen, oder was? Hä? Wie soll ich denn da oben drankommen? Dass ich hier einen hin... Das bringt mir auch nix. Ich werde nicht ganz hinten auf die Kiste. Das bringt mir auch nix. Hä? Jo, komm ich hier nicht so neulich hoch. Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht, wenn ich immer... Ne, dann kann ich ja nicht mehr springen. Hä? Das verstehe ich nicht. Wie soll ich das Ding da oben aktivieren? Nö. Ist unmöglich. Das ist sehr komisch. Naja, meine Damen und Herren, das war es dann erstmal wieder mit Let's Play des Swapper. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat über eine Bewertung und einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wah gegeben. Musik Musik